Spirometrie – Ablauf und Ergebnis Willkommen zu einer Auditorfolge, in der wir uns die Spirometrie genauer anschauen wollen. Die Atmung der Lunge lässt sich mit zwei Verfahren genauer untersuchen. Einerseits mit der Spirometrie und andererseits mit der Bodyplätismographie. Die Spirometrie wird dabei auch als kleine und die Bodyplätismographie als große Lungenfunktion bezeichnet, da sie zusätzliche Werte liefert. Ein wichtiges Ziel beider Untersuchungen ist es, zwischen sogenannten restriktiven und obstruktiven Erkrankungen der Lunge zu unterscheiden. Dazu eine kleine Einführung. Bei restriktiven Ventilationsstörungen ist die Dehnbarkeit von Lunge oder Thorax eingeschränkt. Ein Beispiel hierfür sind die Lungenfibrosen. Demgegenüber stehen die obstruktiven Ventilationsstörungen, bei denen die Bronchien verengt sind. Die Atemluft kann hier nur erschwert ausgeatmet werden. Typische Erkrankungen, die eine Obstruktion verursachen, sind das Asthma Bronchiale und die COPD. Die Lungenfunktion liefert hierbei wichtige Ergebnisse, um eine Störung der Atemwegsfunktion zu objektivieren. In dieser Reihe zur Lungenfunktion wollen wir dir erst die Spirometrie erklären und dann die Bodyplätismographie. Aufbauend auf diesen Grundlagen erklären wir dir, wie du die Ergebnisse der Lungenfunktion interpretierst, um zwischen restriktiven und obstruktiven Erkrankungen zu unterscheiden. Los geht's mit dem Ablauf der Spirometrie. Der Begriff selbst leitet sich von dem lateinischen Wort spirare ab und bedeutet atmen. Eine Spirometrie ist also wörtlich die Messung der Atmung. Sie misst, wie viel Luft, wie schnell vom Patienten ein- und ausgeatmet wird. Zum besseren Verständnis sehen wir uns einmal das Messverfahren einer Spirometrie an. Der Patient sitzt mit angewinkelten Beinen oder steht vor dem Spirometriegerät und atmet über ein Mundstück ein- und aus. Er trägt dabei eine Nasenklemme, sodass jegliche Luft durch das Mundstück fließt. In diesem Mundstück wird die Strömung der Atmung gemessen. Dabei sind zwei Größen relevant, das Atemvolumen und der Atemfluss. Hierzu ein kleiner Einblick, wie die Atmung gemessen werden kann. Die erste Möglichkeit ist, eine Turbine zu verwenden, durch deren Drehzahl auf das geatmete Volumen rückgeschlossen werden kann. Die zweite Möglichkeit ist, über einen Widerstand im Mundstück die Druckänderung zu messen. Misst man den Druck vor und nach dem Widerstand, kann man aus dem Druckunterschied den Atemfluss bestimmen. Neben diesen beiden Verfahren gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Verwendung von Ultraschall, um den Atemfluss zu bestimmen. Wir wollen uns hier aber nicht zu sehr in die physikalischen Details vertiefen. Nur so viel, das Atemvolumen und der Atemfluss sind eng miteinander verknüpft. Wenn du weißt, wie viel Volumen wie lange geflossen ist, kennst du den Atemfluss. Er wird gemessen in Liter pro Sekunde. Umgedreht, wenn du weißt, welcher Atemfluss wie lange aufrechterhalten wurde, kannst du daraus errechnen, welches Volumen geatmet wurde. Geatmete Volumen werden in der Spirometrie in der Einheit Liter angegeben. Du siehst also, welche Messmethode nun im Spirometer verwendet wird, ist für die klinische Anwendung nicht weiter relevant, da aus dem Atemvolumen auf den Atemfluss geschlossen werden kann und umgekehrt. Mit dieser Darstellung wollen wir dir aber eine Merkhilfe mit auf den Weg geben. Die Werte, die mit der Spirometrie bestimmt werden, lassen sich zwei Gruppen zuordnen. Es handelt sich entweder um ein Volumen, wie zum Beispiel die Vitalkapazität, oder um einen Atemfluss, wie den Spitzenfluss. Im ersten Schritt beschäftigen wir uns mit dem Volumen und danach bauen wir darauf auf, indem wir auf die Atemflüsse genauer eingehen. Starten wir mit dem Volumen. Im Rahmen der Spirometrie wird der Patient gebeten, verschiedene Atemmanöver durchzuführen, wobei die geatmeten Volumen dann grafisch als Kurve dargestellt werden. Man nennt diese Kurve auch Volumen-Zeitkurve. Auf der Y-Achse ist das Lungenvolumen gegen die Zeit auf der X-Achse aufgetragen. Am Anfang atmet der Patient normal ein und aus. Beim Einatmen nimmt das Lungenvolumen zu, was sich grafisch in einem Ausschlag nach oben zeigt. Atmet der Patient aus, kommt es entsprechend zu einem Ausschlag nach unten. Wir sehen nun das Volumen, das bei normaler Atmung ein- und dann ausgeatmet wird. Man bezeichnet es als Atemzugvolumen, kurz AZV, oder Tidalvolumen, kurz TV. Anschließend bekommt der Patient die Anweisung, maximal auszuatmen und dann maximal einzuatmen. In diesem Fall wird die sogenannte Volumenreserve der Lunge genutzt. Man bezeichnet die Volumen deshalb auch als expiratorisches Reservevolumen bzw. als inspiratorisches Reservevolumen, abgekürzt ERV und IRV. Das Volumen, welches der Patient nicht ausatmen kann, wird als Residualvolumen bezeichnet. Fasst man bestimmte dieser Volumen zusammen, so bezeichnet man dies als Kapazität. Eine wichtige Kapazität ist die Vitalkapazität, abgekürzt VC. Mit der Vitalkapazität wird die Gesamtmenge der Luft bezeichnet, die mit der Lunge geatmet werden kann. Sie beträgt ca. 4 Liter, schwankt aber von Mensch zu Mensch. Die Vitalkapazität setzt sich zusammen aus dem Tidalvolumen sowie dem expiratorischen und inspiratorischen Reservevolumen. Da wir in diesem Atemmanöver die Vitalkapazität bei Inspiration messen, wird der so bestimmte Wert genauer auch als inspiratorische Vitalkapazität bezeichnet, kurz IVC. Schauen wir uns nun den weiteren Ablauf an. Die Anweisung an den Patienten lautet nämlich, vollständig auszuatmen, dann so tief wie möglich einzuatmen und danach so schnell wie möglich wieder vollständig auszuatmen. Dieser letzte Teil ist eine sogenannte forcierte Expiration, sprich eine Ausatmung unter Kraftanstrengung. Bei diesem Vorgang werden zwei Werte gemessen. Erstens, das Volumen, welches der Patient innerhalb der ersten Sekunde der forcierten Atmung maximal ausatmet, ist das sogenannte FEV1. FEV1 steht für forciertes expiratorisches Volumen innerhalb der ersten Sekunde. Zweitens wird auch gemessen, welches Volumen der Patient insgesamt forciert ausatmen kann. Es handelt sich hierbei um die forcierte Vitalkapazität, abgekürzt FVC. Die Größe des FEV1 ist abhängig von der forcierten Vitalkapazität. Dazu erst einmal ein Vergleich in einfachen Worten. Stelle dir das FEV1 vor als den Versuch, einen Luftballon in einer Sekunde möglichst stark aufzublasen. Ein Mensch mit einer großen Lunge wird es schaffen, viel Luft in den Luftballon zu blasen, wohingegen ein Mensch mit einer kleinen Lunge verhältnismäßig weniger Luft ausblasen kann. Im Gegensatz zum Gesunden kann ein Patient mit einer obstruktiven Lungenerkrankung aufgrund der verengten Atemwege weniger Luft in den Luftballon blasen, als er eigentlich zur Verfügung gehabt hätte. Deshalb hat es sich bewährt, das FEV1 und die Vitalkapazität ins Verhältnis zu setzen. Teilt man das FEV1 durch die forcierte Vitalkapazität, so erhält man den sogenannten Tiffeno-Index. Er ist benannt nach dem französischen Arzt Marc Tiffeno und sagt aus, wie viel Volumen in der ersten Sekunde relativ zur Vitalkapazität ausgeatmet werden kann. Er wird deshalb auch als relative Ein-Sekunden-Kapazität bezeichnet und gemessen in Prozent. Gesunde Personen atmen mehr als 70% der Vitalkapazität in der ersten Sekunde aus. Ist der Tiffeno-Index erniedrigt, so ist dies ein Zeichen für eine Obstruktion der Atemwege. Okay, das war schon einiges an Informationen zur Spirometrie. Bevor wir weitermachen, fassen wir kurz zusammen, was du dir bisher merken solltest. Bei der Spirometrie wird der Patient gebeten, so tief wie möglich auszuatmen, maximal einzuatmen und dann so schnell wie möglich auszuatmen. Dies ermöglicht es, die inspiratorische Vitalkapazität, das FEV1 und die forcierte Vitalkapazität zu bestimmen. Das Verhältnis von FEV1 zu forcierte Vitalkapazität ergibt den Tiffeno-Index. Diese Werte haben wir bisher in einer Volumenzeitkurve dargestellt, um die Grundlagen herzuleiten. In der Klinik ist allerdings eine Flussvolumenkurve gebräuchlicher, da sich die Veränderungen der Lunge direkt in der Kurvenform widerspiegeln. Schauen wir uns deshalb einmal an, wie eine Flussvolumenkurve entsteht. Aufgetragen wird hier das Atemvolumen gegen die Atemflussgeschwindigkeit. Auf der linken Seite ist die Inspiration und auf der rechten Seite die Expiration. Starten wir an einem Punkt der Kurve, an dem der Patient gerade normal ausgeatmet hat. Atmet der Patient nun ein, bewegt sich die Kurve nach oben, da das Volumen zunimmt, und bewegt sich gleichzeitig auf die linke Seite der Y-Achse, da sich die Inspiration im Ausschlag nach links zeigt. Atmet der Patient anschließend aus, zeigt sich dies in einer Bewegung auf die rechte Seite. Da genauso viel Luft ein- wie ausgeatmet wird, ist der Verlauf kreisförmig, sodass wir wieder zum Ausgangspunkt zurückgelangen. Dies ist die Ruheatmung, und das geatmete Volumen entspricht dem Tidalvolumen in der ersten Kurve. Wir beschreiben nun das gleiche Atemmanöver, welches wir uns eben schon angeschaut haben. Der Patient atmet so viel wie möglich aus, maximal ein und dann so schnell wie möglich aus. Atmet der Patient so weit wie möglich aus, verbleibt nur noch das Residualvolumen in der Lunge. Danach atmet der Patient maximal ein und das Lungenvolumen nimmt zu, bis die Vitalkapazität erreicht ist. Die Kurve verläuft hier bauchförmig. Am Anfang der Einatmung steigt der Atemfluss zunächst an und fällt mit zunehmender Füllung der Lunge wieder ab. Anschließend atmet der Patient forciert aus. Durch die beschleunigte Ausatmung wird schnell ein großer Atemfluss erreicht, der dann mit zunehmender Ausatmung wieder langsamer wird. Probier es einmal selbst aus. Atme ein und dann so schnell wie möglich alle Luft aus. Du wirst spüren, dass du am Anfang viel Luft ausatmen kannst, sprich es herrscht ein hoher Atemfluss, der dann immer niedriger wird. Ganz am Ende der Ausatmung ist die Lunge maximal entleert. Wie du siehst, enthält die Flussvolumenkurve ähnliche Informationen wie die Volumenzeitkurve. Die Flussvolumenkurve ist zwar abstrakter und zuerst nicht ganz so leicht zu verstehen. Der Vorteil dieser Kurve ist aber, dass Störungen der Ventilation direkt in einer Veränderung der Kurvenform erkennbar sind. Meist wird die Flussvolumenkurve 90 Grad gedreht angeschaut, da sich Veränderungen der Kurvenform so besser erkennen lassen. Das wollen wir im Folgenden einmal machen. Wenn wir uns die Kurve nun so anschauen, dann ist das geatmete Volumen auf der x-Achse aufgetragen und die Atemflussgeschwindigkeit auf der y-Achse. Die Höhe der Kurve gibt also an, wie groß der Atemfluss ist. Der größte Ausschlag der Kurve nach oben beschreibt die maximale Atemflussgeschwindigkeit bei der Ausatmung. Dieser Wert wird als Spitzenfluss oder als Peak Expiratory Flow, kurz PEF, bezeichnet. Der PEF wird kurz nach Beginn der Ausatmung gemessen, da hier der größte Atemfluss erreicht wird. Neben dem Spitzenfluss gibt es auch noch sogenannte mittlere Atemflüsse. Sie werden gemessen, wenn jeweils ein prozentualer Anteil der Vitalkapazität bereits ausgeatmet wurde. Man hat sich darauf geeinigt, die Werte bei jeweils 25, 50 und 75 Prozent der forcierten Vitalkapazität zu messen. Bezeichnet werden diese Atemflüsse mit FEF, was für Forced Expiratory Flow steht. So gibt es den FEF 25, den FEF 50 und den FEF 75. Manchmal wirst du auch die Bezeichnung MEF finden, was für Mean Expiratory Flow steht. Der MEF meint prinzipiell das Gleiche, bezieht sich aber auf das Volumen, welches noch in der Lunge ist und nicht auf das Volumen, das bereits ausgeatmet wurde. FEF und MEF verhalten sich also quasi umgekehrt. So ist ein FEF 25 ein MEF 75, ein FEF 50 ist ein MEF 50 und ein FEF 75 entspricht einem MEF 25. Wozu sind diese Werte nun interessant? Wenn der Atemfluss erniedrigt ist, ergibt sich aus den einzelnen Werten ein Hinweis, welcher Bereich der Atemwege verengt ist. Denn zum Zeitpunkt des PEF, also des Peak Expiratory Flow, wird vor allem die Luft aus der Trachea und den oberen Bronchien abgeatmet. Daher ist der PEF vor allem eine Kenngröße für die oberen Atemwege. Beim FEF 25 wurden 25% der Vitalkapazität der Lunge ausgeatmet, welche vor allem aus den mittleren Atemwegen stammen. Der FEF 25 spiegelt also die mittleren Atemwege wieder. Der FEF 50 und 75 beschreiben den Atemfluss, wenn bereits 50 bzw. 75% der Vitalkapazität ausgeatmet wurden. Der Atemfluss zu diesen Zeitpunkten beschreibt daher eher die Weite der kleineren Bronchien. Sind zum Beispiel nur der FEF 50 und FEF 75 verkleinert, ist dies ein Hinweis auf eine periphere Atemwegsobstruktion. Okay, das war's zum Ablauf der Spirometrie und den gemessenen Werten. In der Klinik wirst du den Befund einer Spirometrie so oder so ähnlich sehen. In jedem Fall siehst du die gemessene Flussvolumenkurve und eventuell ist in das Diagramm auch die Volumenzeitkurve eingetragen. Daneben stehen die Werte, die sich aus der Messung ergeben. Hier solltest du dir die Vitalkapazität, das FEV1 und den Tiffeno-Index merken. Außerdem haben wir dir auch die Atemflussstärken vorgestellt, zu denen der PEF sowie der FEF bei 75, 50 und 25% zählen. Neben diesen gemessenen Werten gibt es noch zwei weitere Spalten. Eine zeigte den jeweiligen Referenzwert und die andere, wie viel Prozent davon erreicht wurden. Auf die Interpretation dieser Werte wollen wir in dieser Folge noch nicht eingehen, sondern es bei dem Ablauf der Spirometrie belassen. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis. Die Spirometrie hat eine entscheidende Einschränkung. Mit der Spirometrie können nur Volumen gemessen werden, die mobilisierbar sind, sprich, welche der Patient ein- und ausatmen kann. In der Grafik ist aber auch zu sehen, dass selbst nach maximaler Ausatmung das Residualvolumen noch in der Lunge verbleibt. Dieses Residualvolumen lässt sich mit der Spirometrie nicht bestimmen, obwohl es eine wichtige Aussage über die Funktion der Lunge geben kann. Das Residualvolumen addiert mit der Vitalkapazität ergibt nämlich die totale Lungenkapazität, also wie viel Luft insgesamt in der Lunge enthalten ist bei maximaler Einatmung. Um die totale Lungenkapazität zu bestimmen, ist eine Bodyplätismographie notwendig, die wir uns im nächsten Teil anschauen wollen. Doch vorher geht's noch zum Quiz. Zugegeben, die Spirometrie hat viele Abkürzungen und Parameter. Schau doch mal, ob du alles behalten hast. Ordne in der Grafik die Abkürzungen den richtigen Boxen zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Teil 2 ZDF für funk, 2017 혈 z